Bewertung, Cookie Dough von Ben & Jerry's. Das erste Mal, dass ich etwas vernasche mit Männernamen. Ben & Jerry's gehört zu den Dingen, die man niemals abkürzen sollte. Denn als ich gepostet habe, ich liebe B.J., wurde ich von vielen Männern aus Köln angeschrieben. Das Beste am Cookie Dough-Eis sind, Überraschung, die Cookie Dough-Stückchen. Aber jetzt kommen wir zu einem typischen Ben & Jerry's-Problem. Die Cookie Dough-Stückchen sind so ungleichmäßig verteilt wie die AfD-Stimmen in Deutschland. Die obere und untere Schicht haben viele Stückchen. Die große Schicht in der Mitte hat ungefähr zwei Stückchen, die sich irgendwie dort verirrt haben, wie Dory von Findet Nemo. Du fühlst dich wie eine Frau auf Tinder, die versucht, einen Mann zu finden, der was Ernstes will. Und wenn man bedenkt, dass ein Becher sechs Euro kostet, dann erwarte ich für dieses Geld verdammt nochmal zehn Prinzen auf weißen Pferden.